Die Sitzel, Jerome, mit der 21, unser Kapitän, Philipp, die 27, Derek, mit der 33, Mario, die 39, Tony, und die 44, Anna-Toli. Die 8. Spieler für das Tor, unsere Nummer 22, Jek, die 9. Piz, mit der 11, die Pizza, die 23, Daniel, mit der 25, Thomas, die 26, Diego, und auch die Nummer 30, Luis. Auch heute in der Champions League unter dem Schiedsbestand, die Assistenten, Peter Herrmann, der Tiger, Herrmann Gerland, und der Chefcoach, Juk.